da habe ich doch mal einen neuen besten freund glaube ich so und einmal bitte tauschen dankeschön oh yeah so ok kurz warten bis die taschenlampe am start ist und dann schauen wir mal wie hier nicht schnell Feuerwehr ab geht ok es ist natürlich sehr unpräzise wie viel Schuss habe ich denn ok 73 es geht noch hier vorne ist noch irgendwo jemand da hinten na los komm zeig dich das glaube ich nicht ich denke du bist dead alles klar wir haben die Penne alle rausgeholt wunderbar so muss das laufen so muss das laufen sehr geil schön ok oh noch so ein schönes Feuerwehr und es ist sogar noch besser das tauschen wir gleich was wie viel kriegen wir denn dafür 800 oh nee das werden wir nicht tauschen wir werden es einfach auswechseln gegen den zerbrechlichen stock würde ich mal sagen so gib 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 Dankeschön Motorteile Cash also die Pistolen sind jetzt alle nicht so überragend das Stockmesser ist auch nicht verkehrt aber ich würde es trotzdem erstmal da lassen so ok zack schnell reparieren Dankeschön man könnte tatsächlich jetzt mal überlegen beim Upgraden das automatische Hegea 283 das ist also das bessere wir machen das mal wir upgraden das mal ich habe jetzt gerade so ein bisschen Kohle wo ich habe eigentlich nicht überhaupt keine Kohle zu verschenken für so eine Scheiße eigentlich aber ich mache es trotzdem weil das bringt uns tatsächlich damage mäßig ganz weit nach vorne sehr cool sehr sehr cool Schockpistole kann ich jetzt auch bauen und das mache ich mit der gefährlichen zack sehr cool schön jetzt haben wir quasi einen Schockschaden auf Pistole das kann uns wahrscheinlich in der richtigen Situation den Arsch retten so ok wir luken erstmal schnell alles weg hier die alten Gierschlinge so ok Alkohol Etikett ok gut hier können wir quasi die Palette rein fahren und achso das sind quasi die Lebensmittel die wir klauen müssen mal kurz einen Schluck trinken wie ich tänze so ich schau mal hier hinten kurz noch einmal nach oh hier haben wir noch Sturmpistole Bauplan die nehmen wir mit so ok dann lass uns mal hier den den Loopwagen hier reinschieben Container nehmen wir ganz mit sehr schön um und last one load it we're covering you goddammit they're coming oh shit Okay, wir sind wieder reingeflüchtet in die Kanalisation. So, wir gucken kurz hier bei Fähigkeiten, werden wir uns nochmal ausdauer, ein bisschen was dazugeben. Und hier, warte mal, ist das die, das ist die ausgebaute oder was? Moment. Das Automatikgewehr. So, okay. 130 Meter bis zum nächsten Ausgang. Let's go. Wow. So, und wir sind zurück an der Polizeistation. Oder beziehungsweise an der Stadthalle. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Bitte Rückkehr. Okay, ich würde sagen, die ist überrannt worden. Ach du Scheiße. Die sind komplett überrannt worden. Shit. So, und ich sehe auf der Karte, sehe ich einen violetten Punkt. Mal schauen, wer das ist. Wahrscheinlich der Bürgermeister. Ach du Kacke, Alter. Boah, die armen Schweine. Scheiße. Oh, der Karte ist ziemlich cool, Minimik. Dankeschön. Mittleres Millikit bin ich auch sehr dankbar drüber. Oh, okay. Bleibt am besten eigentlich gleich am Boden liegen. Das ist das Optimalste. Oder eine Selbstmörder. Na, da würde ich tatsächlich nachher noch mal ein bisschen versuchen. Zu agieren, weil ansonsten komme ich jetzt an die Bluten nicht ran, die die feinden lassen. Das wäre ein bisschen schade. So, frag dich, ob es jetzt überhaupt noch menschliche Gegner gerade gibt. Ich meine, vorher gab es auch keine Gegner in dem Falle. Aber, äh, oh ne, komm. Wieso? Okay, nicht so geil. Ein bisschen Damage ab hier fast hier. So, hier wird ja letztes Mal schon hoch hier ran fahren. Ist zu. So, ich würde gleich mal nach oben weitermachen. Aber, ich will mal ganz kurz schauen, ob ich hier eventuell zu dem, äh, selbst mal noch den, den Rammer hier reinkomme. Och, come on, Alter. Oh, fuck. Boah, sag mir bitte nicht, dass ich tot bin. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, komm, lass mich einfach vorbei. Lass mich einfach vorbei. Kommt der hier durch? Ne, kommt der nicht. Okay, ich würde es mal einfach probieren. Ganz auf die Stumpfe. Ja, ist natürlich nach vorne überhaupt nicht effektiv, ne? Oh, scheiße, er ist drin. Och, hau ab. Haben wir jetzt so geregelt. Auch gut. Ja, da muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier nicht reinlaufe. Also, die Penner. Vor allen Dingen, wo ist der selbst genau? Ah, okay, der ist hier schon explodiert. Verstehe. So, kann ich mir hier unten noch unfasschöne tun. Oh, fuck. Ich stehe in der Luft. So, komm, komm, schnell, mal schnell, mal schnell, mal schnell, mal schnell. Okay, die sind alle down. Warte mal, wir können mal schnell die Snacks holen, ne? Ah, was ist das, glorreiche Schrotflinte. Uh, hallo, Alter. Glorreiche Schrotflinte. Das klingt gut. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt hier. Der kleine, ex-großige Menschen. Los, geht's wohnen. Dankeschön. So, auf die Harte. So, okay, gut. Das war's, glaube ich. Ich werde wieder nach oben gehen. Nicht hinten noch die... Ja, die kann ich noch durchlaufen. So, schnell alles leer gemacht. Ah, okay. Alles klar. So, durch die Tür komme ich nicht rein. Nach vorne gehe ich jetzt nicht raus. Okay, ab nach oben. Und dann kümmern wir uns mal hier um... ...den lilanen Totenschädel. Oh, ha, 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 ha. Das ist so... Jetzt kommt ein Klettern. Oh, scheiße, oh, scheiße. Das ist doch fucking unfair. 2400 verloren. Das ist nicht cool. Ach, so ein Scheiß. Was steht denn da nun? Selbstmörder. Also, da muss man mal sagen, das ist sehr unfair vom Spiel. Sehr, sehr unfair vom Spiel. Okay, wieder lang. Ach, Mist. Na gut, okay. Okay, da drinnen tobt der Mob. Haben wir hier jetzt noch was Schönes? Can't hurt to look. Can't hurt to look. Immer noch einen Hammer. Der ist mir wurscht. So, jetzt können wir mal ein bisschen Spaß haben, Freunde. Oh, jetzt können wir mal ein bisschen Spaß haben, Freunde. Ich glaube, das war leider auch schon. Ja, schade. Das ist ärgerlich. Die Waffe hätte ich tatsächlich sehr gerne mal. Irgendwie. Aber naja. Es ist mir nicht gegeben. So, wir kommen hier wieder raus. Hallo? Ich möchte loslassen. Wie geht das? F? Ja, mit F. So, Janine, ein Kaffee bitte für mich. So, okay. Oh, scheiße. Ist das der Bürgermeister? Nee, ist nicht der Bürgermeister. Ich denke mal, der Bürgermeister wird wahrscheinlich der lila Punkt sein. Der lila in der Schädel. Holen wir uns den Typen mal. Alkohol. Hat er sich noch schön eingeschlossen, der Penner. Hat ihm auch, glaube ich, ohne schön Lust. Ah, da ist er. Na? Größer Bürgermeister. Am Arsch. Generalschlüsse des Bürgermeisters. Sehr schön. Wo bist du, Big Daddy? Und wir haben Zauberstab. Was ist denn Zauberstab? Zauberstab klingt gut. Okay, weiter geht's. Ah, schade. Natürlich cool, so schnell Reise von hier aus. So, Frucht. Oh, ist mir alles wurscht. Scheiße. Oh, das war scheiß ohne Kreische, ey. Das zieht er mir auf den Sack. So, hier noch so ein Ausweis. Äh, okay. Wo führt er mich jetzt lang? Achso, kann so ja sein, dass ich vorne raus muss jetzt? Vielleicht? Ja, er führt mich vorne raus. Interessant. Gut. Nein, führt er nicht. Er möchte, dass ich... Ach. Hallo, mein Großer. Ja, wir haben einen guten Treffer gelandet, dass er gleich zum Boden gegangen ist. So, mal schnell reparieren. Sackibowski. So, upgraden. So, bevor ich hier noch mehr Kohle verliere. Mittelmäßige Schrotflinte. Und wir upgraden. Also, die hat jetzt... Sie hat jetzt echt... Ist eigentlich schade, weil die hat nicht viel Damage irgendwie, ne? Die Pistole hat mehr Power. Schade. Das ist schade. Na, egal. So, zack. Komm, wir gehen raus. Oh, ein Ausweis. Den nehmen wir mit. Als Pfand. So, die haben wir alles schnell mitgenommen. Alles meins, 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 meins. So, Energy Drink ist mir wurscht. Ah, zu den Abwasserkählen. Schon wieder. Mhh. So, okay. Alles klar. Wir werden... Bittere Rückkehr. Suche einen Weg zu den Slums. Das werden wir mal tun. Bis gleich. So, okay. Und es scheint, als wenn wir jetzt angekommen sind... ...zu den Slums. So, wunderbar. Alles klar. Abwasserkanal. Das ist ja toll hier. Das ist ja schön hier. Und runtergefallen. So, ich muss mal kurz orientieren. Wo bin ich denn hier? Ach, hier. Alter, warum sind wir vorhin so weit gelaufen, wenn wir hier vorne hätten reingehen können? Mann, Alter. Hier schön. Ey, wir hätten uns richtig hier mit Joseph was abkürzen können. Wieso? Sauerei. Na gut, egal. So, okay. Komm, wir geben ab. Hinein mit uns. So, hey Leute. Wir sind wieder da. Ryan, hier hast du noch ein paar Batterien. Na klar. Just ask for Ryan. So, den Aufzug. Mutter Herren. Und wir haben einen Aufstieg. So. Mutter Helm. Viele haben unsere Hoffnung nicht. Ein paar von diesen Schäden haben die Polizei genommen. Die Mädchen, Jyn, ging mit ihnen, um Essen zu spüren. Joseph ging mit ihr. Und ich schaue für beide. Kannst du sie zurückbringen? Jyn und das Auto. Okay, die sind jetzt... Jyn und Joseph sind jetzt beide zu einer Polizeistation hin? Natürlich. Die sind ja überrannt worden. Und vor allem, die kommen gerade von da. Oh, was? In der Nähe der Polizeiwoche. Oh, ey, was für ein Umweg. Naja. Super. Oh, ich werde die Klima ersparen. Ich werde das natürlich wegschneiden. Aber... Das Spiel definiert sich wirklich durch Backtracking. So, lass uns kurz auf die Fähigkeiten zugreifen. Dann nehmen wir den dritten Part von der Ausdauer-Regenerationsrate. Sie ist jetzt bei 45% mehr. Das ist gut. Und wir werden mal sehen. Oh, je. So, ich überlege gerade, wie ich es am besten mache. Er wird mich wahrscheinlich... Er wird mich jetzt da reinschicken, wo ich gerade hergekommen bin, wa? Oh, verdammt Angst. Okay. Gut. Na dann. Gehen wir mal hin. Oh. Joseph. Warum? Ja klar, ruhig die zurück. Arschlöcher, Alter. Du kannst sie zurück. Right? Du kannst da durch die Sehren gehen. The building's lockt off, but I'll give you the key. They didn't take it off me. Make them pay for what they did to her. All she wanted was to help. Ah, Alter. Man, die werden richtig spreden für die Nummer. Die werden richtig bludene. Now go. Get her out of there. Ja, 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 ja. Væg, væg to den, væg to den. Ah, so, okay. 330 Meter. Oh Gott. So, okay. Hier müssen wir in die Abwasserkanäle rein. Let's do it. So, okay. Hier ist der Eingang. Die Tiefgarage der Polizeistation. Na dann. Ich find's ja erstaunlich, dass hier überhaupt noch Leute am Leben sind. Ich mach kurz hier ein bisschen umsehen. Aufzeichnung. Was so exhausted, I couldn't help but sleep. And in the morning, the infected were gone. I don't know whether... Ah! Maybe they could have disastrous. But... But I am making a run for it. This city is in chaos. Buildings are burning, wrecked cars cover the streets. Erstmal gab es looten, aber jetzt gibt es niemand. Die Todes sind überall. Oh, die Polizei! Die Militärer! Warum haben sie nicht... Wait, wait a second, wait a second. Es gibt jemanden vorhanden. Oh Mann, sieht aus wie eine kleine Mädchen. Sie sitzt in der Straße neben einer Frau, die sich tot ist. Ihr Mutter vielleicht? Die Mädchen kreiert. Ihr Gesicht ist in ihrem Kopf und sie kreiert. Ich lasse sie dort, allein. Sie ist ungefähr die gleiche Jahre wie mein Sohn. Nicht mehr als sechs. Ja, schade. Oh, die ist aber ganz schön runter. So, warte mal. Ich könnte jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz hier mal schauen. Die haben wir noch gefunden, die Eigenbaumachete. Wenn wir die mal ein bisschen upgraden. Kommen wir auf 517. Damit haben wir eine neue SPS-Obergrenze. Obergrenze. Warte, was für eine Kalz-Obergrenze. Was für ein Unsinn, Alter. Neue Benchmark um. Modifizieren. Die nehmen wir. Modifizieren, bitte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir ein bisschen eine Lüchchen. So, was haben wir denn? Die ist jetzt da drüben. Hier haben wir noch Pistolen-Munition. Ach gut, wir können Pistolen-Munition dann herstellen. Sehr geil. Ja, schönes Ding. So, okay, hier müssen wir durch. Sehr schön. Down. Okay, hervor. Ach du Scheiße, Alter. Zwei Benchmark, Scheiße. Oh, oh. Nein, 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 nein. Fuck. Zwei, vier wäre ja weg. Ach, das ist doch nicht wahr. Verdammt. Du sollst dich das Ding an- und ausstellen, sondern du sollst dich unten den rechten anrufen, du Pfeife. So, das Ding wollten wir nicht. Das haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Alles klar. So. Mann, Mann, Mann. So, und jemand sagte gerade hier noch schön over here. Das war der Typ hier. Wann haben wir... Können wir mich mal kurz hier um... ...mit umtote hier sind, du? Lalalala. Das hat doch schneller aufgestanden, als ihr dacht gerade. So, okay. Hi, mein Großer. So, was hast du? Reza. Ja? Hm. 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 Ich muss mal ran. Nimm diesen Schlüssel, aktiviere das Bedienfeld an der Wand, dann gehen alle Zellenschörer auf. Okay. Okay. Alles klar. Let's do it. Okay, wir müssen hier wieder rein. Zack. Und ran ans Bedienfeld. So, mal schauen, wer noch so befreit wurde. Ich denke mal, er wird nicht der Einzelgewiesen sein. Na, wir gucken gleich mal. So, okay. Alles klar. Na dann. Gefährlicher Polizeiknöppel, das ist mir total hatte. So, haben wir hier noch irgendwas in den Zellen drin? Irgendwas Schönes? Loot? Vielleicht nen Ausweis oder irgendwas in der Richtung. Was haben wir hier? Ein Magazin? Ein Heft? Fancy. Funzi. Okay. Das will ich nicht haben, das ist mir egal. So, Knadej, den haben wir. Oh shit, was ist denn hier passiert, Alter? Bill. Kumpel, Bill, was ist mit dir los? So ein Ausweis, sehr schön. Bill will aber auch nicht reden. Äh, wahrscheinlich müssen wir Bill nachher nochmal wegen irgendwas befragen. Ah, okay. Wir hätten auch von hier kommen können. Egal. Gut. So, okay. Den haben wir. Den erledigen wir auch ganz schnell. Und dann holen wir uns jetzt mal die Rascals da um. Penner, Alter. So, Anschlöcher. Oh shit. 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 Leise. Ganz schmeidig. Die Bitches. Mhm. Ein Fakt. Jawoll. Sehr schön. So, Kleber. Das ist mir wurscht. Okay, gut. Oh, okay. Zwei Schuss nur noch. Uh, das ist nicht gut. Ja. Hast du einen da neben geholtst. So, na los. Komm schon. Wann mal. Okay. Sehr cool. Die Batterie ist leider immer so schnell. Alle ey. Okay. Nee, 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 nee. Ist alles nüch, 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 nüch. Brauchen wir nicht. Okay. Okay, gut. Die werden jetzt hoffentlich ein bisschen Polistolen-Munition für mich haben. Weil ich will auch ehrlich gesagt nicht die ganze schöne Schnellfeuer-Munition. Schnellfeuer-Munition. Schnellfeuer hat die ganze... Na, sag mal. Äh. Oh Gott. Ach, der mitfällt das Wort nicht gerade ein. Das darf doch nicht wahr sein. So. Vollautomatische Hebrä hier. Und ich kann jetzt nicht die ganze Munition verballern. Oh Gott. Oh Gott. So, natürlich haben die Penner jetzt keine Munition fallen lassen. Ist ja klar. Okay. Einer ist noch hier. Show yourself. Den hole ich mir doch. Den hole ich mir doch. Schön im Nahkampf. Knappe Kiste. Knappe Kiste. So. Lauf erstmal hier der Diät-Cola. Ah. Wunderbar. Ein bisschen Pistolen-Munition. Sehr schön. So. Nachladen. Energy-Drink. Energy-Drink. Jetzt weiter, Freunde. Ja. Okay. Die Pistolen sind alle nicht so geil. Können wir alle die Trost liegen lassen. So. Okay. Alkohol nehmen wir natürlich mit. Ja. Cash. Wunderbar. Ab nach oben mit uns. Das ist immer so ne Sache tatsächlich. So ohne Taschenlampe. Ist man hier ein bisschen am Arsch. Man ist wirklich ein bisschen am Arsch. Äh. Oh, no. No. I send you to hell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017